Hallo, mein Name ist Alexandra Aleksic. Ich komme ursprünglich aus Polen, lebe aber schon seit 20 Jahren hier in Wien. Ich bin vom Beruf Bibliothekarin und habe von dem Kurs, von Awaken the Divine You, von einer Arbeitskollegen, meiner Freundin, die mit sie ans Herz gewachsen ist, im Hohen gekriegt. Auch durch Monika Salsa und Manuela Frank und ich habe das erste Mal von dem Programm letztes Jahr gehört, war anfangs ein bisschen skeptisch und habe mich dann Anfang dieses Jahres doch dafür entschieden und ich bin sehr glücklich, darüber, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach den Sinn im Leben gesucht habe. Ich habe nicht bewusst, wer ich bin, was ich machen will, welches Potenzial in mir steckt. Ich war sehr negativ eingestellt zum Leben und ich muss ehrlich sagen, in der kürzesten Zeit, in sieben Tagen, habe ich einfach bekommen, ganz anders zu denken. Ich bin positiv, ich vertraue mehr ins Leben, also ich kann das einfach nicht in Worte fassen, nämlich die Entwicklung und die Fängelagung ist enorm und ich kann das Leben wärmstens empfehlen. Und was ich noch sagen muss, ich bin so entspannt und so frei und glücklich, dass ich einfach keinen Urlaub mehr brauchen kann. Also ich fühle mich viel, viel besser jetzt, als nach zwei, drei Wochen Urlaub irgendwo am Meer war. Und ich muss einfach sagen, dass es für mich die beste Entscheidung meines Lebens war und dass es wirklich ein sehr gut investiertes Geld ist, nämlich auch mich selbst. Ja, danke.